hey ho meine lieben durchnummeriertes video 500 würde ich mal behaupten machen heute und wir grillen nix wir kochen nix wir basteln nix wir machen die auflösung von dem versteckten gewinnspiel ja leute ich habe letztens ruhe handy dazu aufgerufen in einem video darunter zu kommentieren mit hashtag truenfund ja vielleicht gibt es bei mir heute auch noch mal und dann mache ich vielleicht doch noch heute ein video aber dieses video ist jetzt die auflösung von dem versteckten gewinnspiel hashtag truenfund die zuschauer wo mich mittlerweile gut kennen die werden damit sicherheit hellhörig geworden sein wo ich mit untertitel dazu aufgefordert habe unter das video darunter zu kommentieren eben mit hashtag was gibt es zu gewinnen big tax barbecue hatte mir ja einen schönen zettel mit geschickt mit gewinncodes sprich einkaufsgutschein ja und der hauptpreis sind ganze 50 euro die könnt ihr dann bei big tax barbecue einlösen vielen dank tag ihn noch an dieser stelle ja und ich denke ich habe eine gute möglichkeit gefunden die zu verlosen warum habe ich das wieder mal im video gemacht versteckt gemacht na ganz einfach ich stehe nicht so da drauf gewinnspiele in die welt hinaus posaunen nur um damit abonnenten anzuziehen leute wo dem ich gefalle und meine videos gefallen der soll mich abonnieren und letztlich irgendein blöden gewinnspiel das ist nicht meine sache aber ich würde jetzt mal sagen es gibt auch noch einen zweiten preis mit 25 euro ja also insgesamt sind 75 euro gehen wir rüber am pc und tun wir den glücklichen gewinner ziehen dazu werde ich nachher gleich noch was sagen wie ich das aufteile ja auf alle fälle die 50 euro gehen an einen kommentator der den hashtag tun von dabei gehabt hat genau gewinnspiel geht von mir aus ich verschenke es sozusagen und rechtliches oder sonstiges ist dabei komplett ausgeschlossen weil ich kann meine sachen immer noch an dem verschenken den ich möchte es sollte dann arsch kommentar dabei sein da fliegt er einfach raus aber das vielleicht dann in der zweiten verlosung runde ja gehen wir am pc und starten wir die verlosung mitkommen genau dieses video war es reaktion auf das letzte video und hähnchen keulen ja und die hähnchen keulen waren bei mir der truenfund genau weiter im text auf dieses video hatte ich insgesamt 3523 aufrufe 133 kommentare 321 mag ich bewertungen und ja 57 daumen nach unten ja ist halt so sind trotzdem aufrufe und tja jetzt gucken wir mal in die kommentare rein ja der letzte kommentar war vor vier tagen schön mit hashtag truenfund habe ich auch öfters mal der entscheidet dann die farbe chili königsberger klopse hühnerfrikasse erbsensuppe oder grünkohl beim rest einfach mal lotto spielen zum beispiel von der mattes grillt es sind auf alle fälle sehr viele witzige kommentare dabei ich habe mich riesig gefreut das war ja auch das video wo ich bekannt gegeben habe dass ich weiter mache und und ja es hat mich wirklich gefreut ich denke oder nicht ich denke da war ein oder zwei kommentare dabei wo naja die schließe ich dann einfach von der verlosung aus aber wenn man so schaut haben sehr viele auch kommentiert ohne den truenfund und deswegen um das halbwegs gerecht zu machen habe ich mich entschlossen die 50 den 50 euro gutschein wirklich an unter denen zu verlosen wo den hashtag mit einem ordentlichen kommentar drin haben und die 25 euro werde ich dann unter allen komplett verlosen einen gewinner davon auslosen jawohl also es könnte sogar klaus grillt gewinnen aber ich denke von haus aus der würde sich da vorenthalten heraushalten ja und dann gucken wir mal in das programm was ich mir da gerade rausgesucht habe wer der gewinner ist da hier nicht alle hundertprozentig diesen hashtag truenfund richtig geschrieben haben habe ich mich entschlossen nur truenfund zu schreiben weil da sind dann so ziemlich alle mit dabei wo das ein kommentar dazu abgegeben haben und das sind 27 ja und ich würde mal sagen unter denen verlosen wir jetzt hier den 50 euro gutschein das ist übrigens die seite comment picker ja wenn ihr irgendwelche probleme mit der verlosung habt dann findet sich an die und gut jetzt starten wir mal das gewinnspiel eingegeben habe ich schon alles ich brech zahm der mattes grillt ja also das war jetzt wirklich zufall also mattes du musst mich jetzt direkt auf facebook zum beispiel anschreiben da bist du ja glaube ich auch dann werden wir uns was ausdenken wo du in die kommentare mit rein schreibst um deine identität nachzuweisen ich weiß ja was ist aber das mache ich immer so wenn ich ein gewinnspiel mache um die identität zu 100 prozent nachzuvollziehen ja und jetzt werden wir das hier ändern hier drüben nehmen hier den hashtag komplett raus und dann gucken wir mal wieso sind es jetzt bloß noch 97 ah das sind wahrscheinlich die doppelten kommentare wo weg sind weil das haben wir ja filter duplikat user hier oben angeklickt also sind es noch insgesamt 97 wo gewinnen können außer der mattes der fällt jetzt natürlich raus sollte der noch mal gewählt werden ja und jetzt geht es um den 25 euro gutschein bei big tag barbecue shop hey leute ich sag's euch dazu leckere sachen start so mr haro toya gleich wieder hunger bekommen hat er kommentiert also mr hara toya du musst mich jetzt auch anschreiben damit man deine identität nachweisen kann zeitlich begrenzen tue ich das jetzt einmal nicht vielleicht oder ein zwei wochen schatz was meinst du wie lang soll ich zeitlich begrenzen eine woche eine woche das wäre dann bis zum einunddreißigsten und ja da verfällt dann der gewinn aber jetzt auch noch mal cam auf mich tja somit hätte ich die zwei gutscheine auch verlost ich hoffe dass sie weggehen dass ich da klinge jetzt schon wieder ein handy oh ich muss mal kurz unterbrechen Hatschepü jetzt habe ich mich hier komplett raus bringen lassen ja also wie gesagt die beiden können dürfen sollen müssen sich jetzt bei mir melden um das auch klar zu stellen dass sie das auch dieses video angeguckt haben und dann kriegen die wenn sie ihre identität bestätigt haben kriegen sie von mir die gutscheincode durchgesendet zugesendet und dann können sie für das geld bei bei big tacks barbecue bei takis shop für das geld eben einkaufen wenn sie natürlich noch ein bisschen was drauflegen und ein bisschen mehr einkaufen freut sich der takki wie lang sind diese gutscheine gültig solange der takki noch verkauft ähm solange wie der webshop noch existiert beziehungsweise bis der takki pleite gegangen ist weil er so viel zeug verschenken tut ja also wirklich takki tausend tausend vielen tausend dank nochmal wo ich den zettel schon ausgepackt habe habe ich mir gedacht äh spinnt der beppo ein bisserl so viel rauszuhauen rauszulunsen also wow gut ab ja auch ich habe mittlerweile bei beim takki auch schon was bestellt regulär einfach im webshop bestellt gezahlt so dass er mir gar nichts mehr umsonst schicken konnte und da war gott sei dank keine gratisware dabei da müsste ich sogar noch irgendwo was haben ja an die zwei gewinner zum beispiel zb diese bauernwurst geräuchert jetzt artet es ja noch als werbevideo für ein takki aus aber für den mache ich das gerne ich habe heute eh noch nichts gegessen richtig geiles würstchen auch dieser riesen bacon und 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 was ich bekommen hatte wow erste sahne also noch mal wett die werbung hier unter dieser adresse könnt ihr bestellen beim takki macht es ihr werdet mit sicherheit nicht enttäuscht sein und ja die landjäger kann ich auch empfehlen die sind mal richtig richtig geil leider habe ich die schon alle aufgegessen werde ich mir wohl wieder nachschub bestellen müssen ja und somit werde ich jetzt dieses video beenden schön bearbeiten rausknallen und heute abend dann ja das ist ja dann schon wieder vergangenheitsform mache ich noch ein kleines live video dazu mit ankündigung eben dass dieses video rauskommt aber das habt ihr dann wahrscheinlich alle schon gesehen es war für alle die kommentiert haben die möglichkeit zu gewinnen auch wenn sie es nicht gewusst haben und das finde ich wesentlich besser als riesen gewinnspiel weil ja ich habe es schon gesagt ok leute ich sage dann mal tscholkowski wir sehen uns im nächsten video wie gesagt vielleicht mache ich heute nochmal eins das wird aber dann schon die nummer 501 daumen nach oben wenn es gefallen hat und wir sehen uns ciao w w w w w w w w Vielen Dank.